Ein Aiwanger-Fenster. Wie gesagt, ich auch als Ostdeutscher, ich mag den auch nicht. So linksradikale mögen wir nicht. Wenn wir Flugblätter verteilt haben, war das nie ironisch. Was hat da vor? Das Geilste fand ich über die Klassenkameraden von Aiwanger, die den verteidigt haben. Das war die besten fand ich. Leute, die immer Kontraste gesessen haben und gezählt haben. Ja gut, der Hubert hat damals ab und zu mal den Hitlergruß gemocht. Aber das hat er denn so gemeint. Mit so einer Ausrede kommt man nur in Bayern durch, oder? Und dann die Erleichterung. Die Flugblätter waren von seinem Bruder. Dann stellen wir fest, der Bruder ist Waffenhändler. Das nennt mal eine Win-Win-Situation.